Hallo, freut mich, dass du mich bei meinen Abenteuern hier in SnowRunner begleitest. Ja, den Derry-Spezial habe ich ja letztes Mal ein bisschen kaputt gemacht und habe ihn dann ein bisschen selber repariert, aber wir haben noch einen kaputten Reifen und jetzt dachte ich, hier haben wir den Scout-Service-Anhänger, da wären zwei Ersatzreifen drauf. Da bin ich, wir haben ja hier beim Filmset geparkt, hier rüber gefahren und dachte, ich repariere den. Ja, und hier angekommen, da habe ich wieder feststellen müssen, ja, ich muss ja einen Scout vorne anhängen, sonst kann ich nicht reparieren. Also, bleibt es beim kaputten Reifen erstmal. Aber wir können zumindest da den Scout-Tankauflieger mal auftanken. Ja, und dann geht es Richtung dem nächsten Watchtower. Wachtturm, Beobachtungsturm, wie auch immer. Ja, ist nur straßelang, da soll es auch mit kaputten Reifen mal gehen, hoffe ich. Und, nein, ich hätte gedacht, ich fahre ihn jetzt gleich hier gegen den Strommasten. Das wäre ja super gewesen. Das Licht an, ja, habe ich. Ja, wieder früh am Morgen in Skandinavien. Ja, da ist auch unser kaputter Reifen. Wir haben ja noch ein paar andere, also auf der Seite sind ja noch drei Reifen, also ich sollte jetzt auf der Straße so nicht wirklich Schwierigkeiten bereiten. Und weiter vorne habe ich noch den kleinen Krokodil stehen, mit dem Tankaufsatz hinten dran, also zum Nachtanken. Und der hat zwei Ersatzreifen dabei, oder, nee, ein oder zwei. Ich weiß schon nicht mehr, ich glaube einen, aber der reicht uns ja. Ja, dann reparieren wir den kaputten Reifen und dann geht es auf zum Wachtturm. Da fehlen ja die Metallrollen und dann mittelgroße Stämme noch. Da habe ich ja letztes Mal schon gesagt, da steht schon der Pazifik bereit. Und da haben wir auch eine kleine, so ein bisschen Bergtour, wie es auf der Karte aussieht vor uns. Und da bin ich auch noch gespannt, wie das hinhauen wird. Letzte Folge mit dem Navistar, die langen Stämme waren ja gar kein Problem. Also der Navistar, der ist echt ein geiler Truck. Den gab es ja damals, als das Spiel rauskommt, als Vorbestellerbonus. Ich habe ihn mir dann aber als, irgendwann im Angebot, als, gibt es auf Steam, als Kauf-DLC, habe ich mir dann mein Angebot, als es runtergesetzt war, da besorgt. Und, also ich finde, es lohnt sich. Ich glaube, ich weiß nicht, Euro gekostet oder so, kann ich gar nicht mehr sagen. So, hier ist er, der Krokodil. Ich glaube, zum Reparieren muss ich den Krokodil, ne? Ja, natürlich. So, dann springen wir kurz rüber. Reparieren wir den Reifen. Ersatzrad, Derry-Spezial. So, alles reparieren können wir ja nicht. Aber wir können das Rad reparieren. Tanken brauchen wir nicht, haben wir ja vorher gemacht am Stout-Tank-Rauflieger, wo da auch noch rumsteht. Und jetzt muss ich nur gucken, Moment, bevor ich hier losfahre, wo muss ich hier ab? Ja, hier gibt es die mittleren Stämme dann. Ähm. Hier hinten geht es hoch. Das wäre jetzt hier der einfachste Weg für den Derry. Hier hinten müssen wir dann im Pazifik. Ja, ich würde sagen, dann fahren wir hier hoch. Hier ist eine Holzstation. Hier gibt es aber nur kurze und lange Stämme, leider keine mittleren. Ja, noch ein ganz schönes Stück Weg. Das meiste allerdings Straße, oder? Ich fahre gleich hinten hoch. Dann weiß ich, was sich dann mit dem Pazifik auf mich zukommt. Das wäre auch eine Option. Dann würde ich dann sagen, nehmen wir den Weg. So, dann drauf aufs Pedal und ab in die Berge. Wenn ich wieder was kaputt geht, oder wenn ich was kaputt mache, besser gesagt. Ja, das war letztes Mal ganz schön überraschend. Eigentlich dachte ich, ich fahre langsam genug über die Felsen, aber nein. Doch, ein bisschen zu flott unterwegs gewesen. Ja, mit dem Navistar hat es dann besser geklappt. Da war ich dann noch um einiges langsamer. So, gut. Ich glaube, das Licht war schon aus. Okay. Rauchen wir jetzt nicht mehr. Es ist jetzt hell genug geworden. So, Achtung. Schleudergefahr. Na ja. Eigentlich nicht, oder? Zumindest, wenn ein Hänger dran wäre, vielleicht. Der würde da hin und wieder mal rumschleudern, aber mit dem Berry so schnell sind, werde ich unterwegs. Ja. Wir könnten auch hier kurz in die Reparaturstation reinfahren. Aber das, ein paar Punkte Federung reparieren, ich glaube, das schafft er auch so, der Derry. Wie gesagt, wenn ich mich nicht mit den Unterkünften und diesen Cargocontainern vertan hätte, hätte man von oben hier reinfahren können mit dem Truck und zweimal Metallrollen. Das wäre definitiv kürzer gewesen. Aber nur gut. Da oben sehen wir ihn schon. Den Wachtturm, den sollen wir reparieren. Ja. Wie gesagt, wir müssen in die Berge hoch. Aber da ist der Derry-Spezial, glaube ich, schon die richtige Wahl. So, war es hier schon ab? Oder noch eins weiter? Oder? So, die nächste, glaube ich. Hier müssen wir lang. Geht's hier überhaupt? Ja, hier geht's lang. So, bevor ich's wieder vergesse, was ich ja immer gerne mache. Ähm. Moment. Wir haben ja eine aktive Federung hier drin. Können wir mal ein bisschen hochsetzen. Dann gibt's mit den Unebenheiten hier keine so Probleme. Wow. Hier soll ich nachher mit mittleren Holzstämmen lang. Naja, irgendwie wird's schon hinhauen. Solange ich den Felsen ausweiche und nicht drauf fahre, ist, glaube ich, alles gut. Hier haben wir ja wieder einen schönen Weg ausgesucht. Ob der andere einfacher gewesen wäre, bin ich mir nicht mal sicher. So, hier sollte es eigentlich nach links gehen, oder? Ja. Sieht zwar nicht mehr nach Weg aus, aber soll einen Weg darstellen. Eher aus wie so ein Flussbett oder wo die Schneeschmelze dann so im Sommer das Wasser runterrauscht. nur schwer zu erkennen, wo es hier wirklich lang geht. Da hoch. Ich denke, sie müssen wir doch markieren sollen auf der Karte. Ich denke, es ist ein bisschen Anhaltspunkt gehabt. Oh, hier ist ganz schön eng. Dann kommen wir mit dem Derry so nicht rum. So, das passt. Ja, okay, das war jetzt, glaube ich, nichts. Ich dachte, erst lenken, dann Gas geben und fahren, aber durch diese Felsbrocken ist nicht so geklappt. Der Pazifik hat vorne nicht ganz lange Schnauze. Ich glaube, mit dem kommen wir sogar besser durch. Also vorum die Kurven fahren, ob es mit dem... Da geht es nicht drüber. Das dann auch mit dem Holz, mit den mittleren Holzstämmen so gut klappt, dem Gewicht. Das ist doch jetzt nicht... Was ist denn hier? Diese Felsbrocken. Ich werde auch noch hier um die Ecke kommen. Na, Kamera. Okay. Puh. Ich hätte die Felsbrocken ein bisschen aus dem Weg räumen sollen nachher für den Pazifik. Naja, das wird schon gehen. So, mit dem Kran zur Seite schubsen wäre eine Option gewesen. So, hier gibt es noch eine Zeitherausforderung. Die interessiert uns aber mal gar nicht. Wir wollen zum Wachtturm. So, jetzt muss ich doch mal gucken, ob wir hier richtig sind. Ja, wir sind... ...wirst hier noch und dann hier abbiegen. Dann kann nichts schief gehen. Also, zumindest was den Weg betrifft. Kann nichts schief gehen. Kann ich da seitlich fahren? Oder ich kann auch einfach da durchfahren. Das sollte eigentlich auch gehen. Zumindest dann mit Differenzial. Na, noch ganz schön tief hier. Nochmal so eine Senke. Okay. Da kann man doch sich über die aktive Federung freuen. Gut, dass ich dran gedacht habe. Weil im Normalfall vergesse ich die eigentlich immer. Bei den Fahrzeugen, die eine haben. Oder fast immer. Okay. So, gut. So. Hier haben sie jetzt doch ein paar Schlammfützen den Weg gelegt. Alles, was man unten auf der Ebene auf Straßen fährt, ist man hier im Schlamm unterwegs. Im Gebirge. So, aber das soll es jetzt gewesen sein, oder? Die Wiese haben wir kein Problem. So, die erste Lieferung ist angekommen. Sehr gut. Zweimal Metall. Ja, das geht nicht. So, gleich ein bisschen aus dem Weg fahren. Und ab in den Pazifik P12. So, Sprit ist noch drin. Dann wollen wir mal die Stämmchen aufladen. Und, ähm, müssen die einmal runterfahren. Und dann sind wir hier schon am Weg, wo es nach oben geht. Das ist, wie gesagt, nicht allzu weit. Und ich muss, äh, in die Richtung. Also, einmal umdrehen. Na, da steht auch noch ein Generator. Den müssen wir auch noch irgendwo hinziehen. Habe ich auch eine Mission gesehen. So, oben steht ja der Derry. Da kann ich den Pazifik dann wieder volltanken, weil ich muss ja zweimal Stämme holen. Wenn wir hier die ganze Zeit mit Allrad unterwegs sind, weiß ich nicht, ob der Sprit reicht. Oder wie weit der Sprit reicht. Eigentlich können wir das Allrad auch ausschalten, oder? Es sollte auch ohne gehen. Zumindest hier, wo es fester Boden ist. Hier können wir gleich mal anmachen nochmal. Ja, so kommt er nicht voran. So geht's dann doch nicht voran. Mal schauen, was meine Tiere hier machen. Die spazieren hier um mich rum. So, dann nochmal den Bergpfad hoch. Ja, der schafft das natürlich nicht. Der Derry Special hat das besser geschafft. Aber natürlich rügen die Stämme auch einiges mehr. Ich glaube, die Metallrollen liegen, die hier hingeben. Eine Tonne überhaupt. Bin mir nicht sicher. Da waren es zwei Tonnen und die hier sind, glaube ich, sieben oder so. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Da geht's natürlich nicht ganz so flott. Zumindest kennen wir den Weg jetzt. Wir wissen, dass da noch ein paar Überraschungen auf uns warten. Ein paar angekommen. Ja, neugierig, wie das hinhaut. Nee. Nicht zu schräg kommen. Der Pazifik P12 ist zwar recht stabil, aber die Stämme ist auch ziemlich der Schwerpunkt weit oben. Du wolltest ja nicht herausfordern. Da habe ich am Don ja schon immer meine Probleme. So, reicht das schon? Ja, das sieht gut aus. So, hier sind wieder diese, genau, die... ...die vorher schon Probleme gemacht haben. Ich glaube, die Probe geht so nicht. Ne, noch ein bisschen weiter ausholen. Hoch, nicht so weit zurück. Nicht so weit zurück. So, naja, gut. Die zwei Punkte, Motorschaden. Die sind drin, das passt schon. So, reicht das? Ja, wunderbar. Sorry, ich habe gedacht, ich muss nochmal rangieren. So weit wollte ich da eigentlich nicht hochfahren. Die Kante. So, die engen Kurven werden geschafft. Ne, wo harbert es jetzt? Will irgendwie nicht in Schwung kommen hier. Der will irgendwie nicht in Schwung kommen hier, so richtig. So, jetzt geht's. Naja. Hätte ja klappen können. Nein. Na, ich glaube, die alte Kiste hier ist auch ein bisschen untermotorisiert. Huch, wo fahre ich rum? Vorsichtig, vorsichtig. So, vielleicht ein bisschen hier fahren. Gibt's besser. Naja, der will nicht so wirklich da durch. Irgendwo ein Windenpunkt in der Gegend. Äh. Nichts brauchbares. Ne. Naja, gut. Dann muss es halt so irgendwie gehen. An der Seite wollte ich nicht fahren. Wenn wir da mit dem Wasser im Loch absaufen, dann hält uns da nichts mehr. Mit den Stämmen drauf. Naja, das ist nicht sehr optimal. Seitlich will ich nicht fahren. Gucken wir überhaupt vorwärts? Na, sehr, sehr langsam. Aber es geht voran. Immerhin. Na, komm schon. Bringt das was? Bringt das was? Weiß ich nicht. Nein, bringt nichts, glaube ich. Graben wir uns nur tiefer ein. So. Hier ist wieder ein bisschen fester Untergrund. Jetzt aber. So, nur noch zwei Schlammlöcher. Aber die Steine will ich eigentlich nicht fahren. Egal, ich probiere es hier. Hier gucken wir ein paar so Erdhügel raus. Vielleicht geht das. So, hier geht es doch voran. Besser wie gerade eben. So, hier muss ich, glaube ich, abbiegen, ne? Genau. Hier war das. Das ist dran vorbeifahren. Wenn man hier da zurück muss. So, hier geht es auch eigentlich ohne Probleme. Mehr oder weniger durch. Habe ich wieder zu früh geschrien? Ja, nein, das geht. Na, nicht an dem Felsen hängen bleiben. Eieiei. So, okay. Fast geschafft. So, schafft er das? Nein. Der hat, glaube ich, den gleichen Motor drin wie der Kenworth. Der Kenworth ist halt noch mal größer. Wahrscheinlich, nehme ich an. Auch vom Hingeben, von der Gewichtsberechnung hingeben auch schwerer. Deshalb ist da nicht viel. So, die erste Fuhre ist geschafft. Einmal abliefern. Kann ich von hier aus nachtanken? Weil wir müssen ja noch mal da... Nein, kann ich nicht. Super. Muss näher ran. Dann tanke ich hier voll. Na, du sollst doch... So, rückwärts. So, jetzt müsste ich aber nachtanken können, oder? Ähm... Besten vom Reparaturwerkzeug. Genau. Dann ist der Pazifik wieder voll. Ja, und die... ...zweite Fuhre machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.